Hallo, hier ist euer Ratzenbande. Ja, heute ist ein Päckchen angekommen und zwar ist es das Tauschpaket von der guten Annie Melena. Die Leute, die mein Abo-Special gesehen haben, werden ja wissen, hier ist der Sydney übrigens, dass ich einen Wettbewerb gemacht habe, bei dem die Gewinner ein Video einreichen mussten und ich dann mit den Leuten, die gewonnen haben, das waren insgesamt zwei Stück, ein Tauschpaket mache. Das erste ist heute angekommen. Ich freue mich auch schon riesig drauf und bin auch sehr gespannt schon, was da drinnen ist und ich würde mal sagen, machen wir das hier mal direkt auf. Es ist in einer Art Schuhkarton verpackt worden. Mal schauen, meine Matten sind natürlich auch wieder dabei, damit es ein bisschen spannender wird, also wenn ihr die mal zwischendurch durchs Bild wuseln seht, dann nicht wundern. Und ui, hier ist es ja schön gemacht. Das ist ja toll. Hier sehen wir gleich. So, einen wunderschönen gestalteten Brief, sag ich mal dazu. Einen Zettel. Ja, den kann man rausmachen. Mal schauen, was hier steht. Tiere sind die besten Freunde. Sie stellen keine Fragen und kritisieren nicht. Ein Tier ist es egal, ob du dick, dünn, arm oder reich bist. Schenkst du ihm dein Herz, schenkt es dir deins. Ein einzelnes Tier zu retten verändert nicht nur die Welt, aber es kann die ganze Welt verändern für dieses eine Tier. Das ist Süße. Total schön, der Spruch. Dankeschön. Freut mich wirklich sehr. Hier hast du auch die Bilder. Einmal von dem guten Baloo und vom Fussel. Und einmal von deiner Rennmaus. Geschenkt. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Cracker ist. Es ist schwer zu sehen auf dem Bild. Und meine Ratten finden deine Pakete zum Anbeißen gut. Nein, 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 nein. Gucken wir mal. Ich sehe hier gerade, hier ist auch alles schön beschriftet. Mit einem schönen Geschenkpapier eingepackt. Auf jeden Fall vielen Dank für diesen tollen Zettel. Die Sprüche sind wirklich sehr schön da drauf. Freut mich wirklich. Werde ich auf jeden Fall behalten und aufhängen. Und ich sehe auch, auf der Rückseite hast du einen ziemlich langen Brief geschrieben. Ähm, genau. Hier sieht man das ganz schön viel. Ich schaue mal, ob ich das jetzt alles mal eben vorlese. Und dabei aufpassen, dass meine Ratten hier nicht alles kaputt machen. Moment. Geh mal weg da. So. Ähm, genau. Liebe Alina, zunächst einmal vielen Dank, dass ich ein Tauschpaket mit dir machen durfte. Ich bin schon sehr gespannt auf dein Päckchen. Ja, ich hab's ja gesehen. Du hast es ja bekommen. Dein Video war ja eher on als meins, weil ich meins ja ein bisschen früher verschicken musste. Dann wollte ich mich dafür entschuldigen, dass die Sachen so schlecht eingepackt sind. Außer Bücher finde ich alles total schwer einzupacken. Ging mir genauso. Die ganzen Formen waren wirklich zum Teil sehr seltsam einzupacken. Vor allem, wenn irgendwas rund war. Oder diese Futterpäckchen. Dann ist mir auch noch das Geschenkpapier ausgegangen. So ist die Hälfte Weihnachtspapier. So, dass die Hälfte in Weihnachtsgeschenkpapier eingepackt ist. Ja, ist nicht schlimm. Hauptsache ist es eingepackt. Also ich finde es immer ein bisschen schöner, wenn man die Sachen einpackt. Weil ich finde das immer so, dann kann man sich auch die Sachen so bestellen. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja egal, welches Papier. Ich musste auch extra Neues noch kaufen, weil das ein bisschen viel war, alles einzupacken. Zu der Rückseite dieses Briefes. Ich habe drei meiner Meinungen noch in sehr schöne Sprüche aufgeschrieben. Und die Bilder stehen für die Tierarten, die es auf unseren YouTube-Kanälen zu sehen gibt. Ratten und Hamster bei dir. Hamster und Rennmäuse bei mir. Die Tiere auf den Bildern sind Balou, Fussel und Cracker. Ha, wusste ich es doch. Leider kann ich nur schwarz-weiß ausdrucken. Ist ja nicht schlimm. Ich finde, das sieht auch so schön aus. Aber nun wünsche ich dir viel Spaß beim Auspacken. Ich hoffe, deine Tiere mögen die Sachen. Liebe Grüße, Lena mit Brownie und Cracker. Flummi und Mili. Oh, danke schön. Du hast wirklich sehr viel geschrieben. Du hast dir bei deinem Brief sehr viel Mühe dabei gegeben. Und ich sehe gerade, ich sollte vielleicht das Licht anmachen. Moment. So, tut mir leid für den kurzen Schnitt. Ich habe eben Licht angemacht. Letzte Zeit ist es ziemlich dunkel bei uns, weil es in letzter Zeit ziemlich viel regnet. Davor ging das ja immer. Da war immer strahlender Sonnenschein. Da brauchte ich das Licht nicht. Auf jeden Fall nochmals Dankeschön für den tollen Brief. Der gefällt mir wirklich sehr. Ich mag solche persönlichen Sachen immer total gerne. Aber gut, jetzt kommen wir zu dem Tauschpaket, zu den einzelnen Sachen. Ich nehme mal hier direkt das hier, was an der Seite ist. Und hier steht, Leckerlis kann man immer gebrauchen. Da bin ich auch deiner Meinung. Und Sidney ist auch deiner Meinung. Gucken wir mal. Meine Ratten flippen hier total aus. Ares und Sidney und Balou. Die sind total geil auf die Sachen schon. Ich hoffe, die machen hier nichts kaputt. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn die ihr Paket rumbruseln. Nein, Balou. So. Aha, hier haben wir was Selbstverpacktes. Einmal hier so ein Mix aus verschiedenen Saaten, so wie ich das sehe. Hier haben wir ein paar Erbsenflocken, so wie ich das jetzt auf den ersten Blick sehe. Haferecken und so Backobladen. Ja, ich habe gehört, dass viele Hamster auf Backobladen total stehen. Vor allem da kann man so ein paar Backsachen, sag ich mal, selber drauf machen. Da kann man irgendwie Kleintierfutter und so weiter, dann mit Mehlkleber kann man da drauf machen und dann backen im Ofen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Wollte ich auch mal ein DIY zu machen. Auf jeden Fall Dankeschön dafür. Ich fange jetzt schnell an auszupacken, bevor die hier meine Pakete aufreißen. Hier haben wir was Längliches. Da steht drauf, es ist nichts zum Fressen. Okay, es ist nichts zum Futtern. Machen wir mal hier direkt das nächste auf. Eine Kapoptschote, sehr interessant, von J.R.Farm. So etwas hatte ich wirklich noch nie gehabt. Sehr interessant. Also ich werde jetzt mal gucken, wie meine Tiere drauf abfahren. Auf jeden Fall fahren sie ziemlich aufs Geschenkpapier ab. Genau, vielen Dank dafür. Ich muss eben mal gucken, was ist noch... Weiches Nistmaterial, okay. Das heißt, es wird Fussel bekommen. Ja, wahrscheinlich. Ich hatte sowas noch nie. Ich kenne keine Kapokschote. Aber ich kenne Kapokwolle, von daher. Und die wird da wohl drinnen sein. Ich habe sowas noch nie gehabt, von daher. Muss ich mal gucken, wie man sowas öffnet. Aber ich werde mir das nochmal hinten durchlesen, wenn ich mehr Zeit dazu habe. Auf jeden Fall auch Dankeschön dafür. Mach mal hier das hier mal auf. Hier steht Nagerkekse. Ich habe dir auch Kekse geschenkt, aber ich glaube, das sind andere. Ja, das sind andere. Die Drainless Mini Herzen sind das hier. Mit... Stehe hier drauf, was da drin ist. Ja, alles Mögliche mit Erbsen, Graspflanzensaat, Kanariensaat, Karotten und so weiter. Dankeschön dafür. Ich habe dir ja auch so eine Art von Herzen mit eingepackt. Nur meine sind ein bisschen größer als deine. Ich wusste gar nicht, dass es so kleine gibt. Ich kenne eigentlich immer nur in dieser Größe diese Drops. Dankeschön. Kenne ich gar nicht. Gibt es bei uns nicht im Laden. Ähm, genau. Nehmen wir hier. Mach mal hier noch ein kleines auf. Hier steht nichts drauf. Hier ist nur was drauf gemalt, soweit ich das sehe. So süße Pusteblumen oder was das sind. Oder Allgemeinblumen. Und was haben wir hier? Pure Gänseblümchen. Sehr interessant. Hatte ich wirklich auch noch nie. Du schenkst mir ziemlich viele Sachen, die ich noch nie hatte oder noch nie gekauft habe. Weil, weiß ich nicht. Man sieht die immer im Laden und denkt sich dann immer, ja, soll ich sie mir kaufen oder nicht? Ich weiß nicht, ob sie es mögen. Aber ich habe meinen Tieren noch nie Gänseblümchen gegeben. Würde mich mal interessieren, ob sie die dann mögen. Von daher werde ich es mal ins Futter mischen, auf jeden Fall. Und schauen, ob Fussel das mag. Ich werde es wahrscheinlich auch mal, ähm, in Gehege verstreuen vom Fussel. Dann hat er ein bisschen Beschäftigung. Und nein, das ist nicht dein Paket. Da steht für Fussel ganz groß drauf. Äh, genau. Wir nehmen hier. Das hat Sydney hier an der Seite schon aufgemacht. Ähm, muss man einfach haben. Mit einem fünzigen Smiley. Süß. Ja, das habe ich dir. Ich habe dir auch sowas geschenkt. Ja, ja. Das ist sogar genau die gleiche Sorte, die ich dir geschenkt habe. Von Grainless. Diese Farmy Stangen. Mit Ringelblume Malvre. Die habe ich dir auch ins Paket gehönt. Jetzt habe ich es wieder bekommen. Dankeschön. Aber kann ich immer gebrauchen. Von daher, ich habe selber keine mehr. Ich habe jetzt nur welche gekauft extra, damit ich es dir ins Paket tue. Von daher passt es. Eh, sehr gut. Meine Ratten zerfetzen sowas in ein paar Minuten, weil die so gefräßig sind. Oder sie haben einfach Spaß daran, es zu zerfetzen. Und fressen es dann später irgendwann mal. Hier steht, nicht aus Keramik, sondern aus Holz. Mal schauen. Das ist jetzt alles in diesem schönen grünen Papier. Rot ist ja eigentlich generell meine Lieblingsfarbe. Auch wenn es Weihnachtspapier ist. Mir ist es egal. Ich mag alles, was rot ist. Und Sidney ist total heiß auf das drauf. Aber das ist... Ja, wohl, könntet ihr eigentlich auch haben. Ein Kräuterholznapf. Ich hatte dir ja auch sowas in der Art geschenkt. Nur das war etwas länglicher. Und genau, sowas hatte ich auch selber noch gar nicht ausprobiert. Weil mir die Dinger immer zu schade sind zum Kauf. Und weil die halt immer relativ teuer sind. Aber ich finde sowas echt total schön. Sowas Natürliches. Und mir gefällt sowas immer. Weil ich finde es auch so schön. Wenn es dann leer gefressen ist, kann man es trotzdem noch irgendwie verwenden weiter. Weil es ja auch aus echtem Holz ist. Und jetzt machen wir hier das Schmale auf. Das Große heben wir uns zum Schluss auf für den Fussel. Und hier steht ganz groß drauf, zur Beschäftigung. Das ist natürlich immer gut. Meine Reifen brauchen auch ständig Beschäftigung. Weil es sonst wird denen langweilig. Und machen irgendwas, was sie nicht machen sollen. Ah, was ist das denn hier? Wie gesagt, jede Menge Sachen, die ich noch nie hatte. Eine Perlhirse, okay? Ich kaufe immer nur Kolbenhirsen. Perlhirse habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Und schon gar nicht von J.R. Farmen. Die haben bei uns sowas gar nicht. Aber gut. Ihr wohnt ja auch in der Schweiz, soweit ich weiß. Ich weiß ja nicht, ob du in Deutschland oder in der Schweiz einkaufen warst. In der Schweiz sind die Sachen ja recht teuer. Deswegen weiß ich das nicht inwiefern. Auf jeden Fall super. Dankeschön. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Eins bekommen die Ratten. Eins bekommt der Hamster. Der Hamster soll sich ja nicht vollfressen bis zum Wiet nicht mehr. Weil Fussel ja hier etwas übergewichtig ist. Aber es klappt mittlerweile ganz gut, der Gewichtsabnahme. Von daher sind wir auf gutem Weg. Und hier haben wir auch schon das Letzte. So schnell kann es gehen. Hier steht für Fussel. Nein, es ist kein Fußball, von dem ein Hund zerkaut wurde. Es war nur sehr schwer einzupacken. Okay. Ja, ich kenne das. Ich hatte selber ein paar Probleme mit so den Sachen einzupacken. Habe mir alle Mühe gegeben. Und ich hoffe, dass die Sachen auch gut angekommen sind. Und oh, ist das toll. Das ist ja schön. Das ist ja cool. Von Carly Wonderlands. So ein Kokosnusshaus ist das. Das ist total schön und total süß. Und die Größe müsste auch passen. Ich muss mal schauen, wie das hier oben aussieht. Aber das müsste auf jeden Fall passen, von der Größe her. Oh, das ist ja toll. Mal schauen, wo ich das... Entweder tue ich das ins Gehege oder in den Auslauf. Aber fürs Gehege ist es echt wunderschön, weil es auch so natürlich ist. Und tolles Kokosnusshaus. Vielen Dank dafür. Ich finde das total schön. Danke. Und genau. Dann hätten wir auch schon alles ausgepackt. Das Paket ist leer. Guck mal, ob noch irgendwas versteckt ist. Manchmal übersehe ich ja Sachen. Ich habe immer Angst, dass ich bei solchen Paketen immer irgendwas übersehe, was ich nicht übersehen hätte, dürfen. So, hier seht ihr nochmal alles im Überblick. Es sind insgesamt acht Sachen. Natürlich dieser schöne Brief, wie ich ihn nennen mag, mal hier. Die Sprüche, die gefallen mir so gut. Vor allem, weil sie ja auch stimmen und alle wahr sind. Und auf jeden Fall, ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Und hier seht ihr nochmal den Sidney über den Brieflatschen. Mach ihn nicht kaputt. Und der sagt mir, ja, gib mir jetzt eigentlich mein Essen. Ähm, genau. Ich verabschiede mich mal wieder auf jeden Fall an der Stelle und sage, bis zum nächsten Mal und ciao. Was machst du da? Bis zum nächsten Mal.